So, liebe Patienten, ich möchte Ihnen heute erklären, wie wir ein Schwindeltraining in der Schwindelambulanz in Sinsheim machen. Bei einem Gleichgewichtsorgan ist es so, dass die Augen den Schwindel kontrollieren. Das heißt, die Augen können über einen Vorgang, den wir Fixationssuppression nennen, Schwindel unterdrücken. Ihre Augen fixieren einen Punkt, das kennen Sie vom Tanzen. Der Effekt, wenn Sie ein Erkranktes Gleichgewichtsorgans haben und Ihr Gleichgewichtsorgan gibt eine andere Information als die Augen, ist, dass Sie Schwindel kriegen, wenn Sie vom Hellen ins Dunkel kommen, vom Dunkeln ins Helle, voller Platz, leerer Platz, Supermarkt, Treppenhaus. Das sind so die Klassiker, wo man das Gefühl kriegt, man möchte sich festhalten, weil Ihre Augen für den Bruchteil einer Sekunde Schwindel nicht mehr unterdrücken. Man könnte sagen, Großhirn an Auge, Auge ist beschäftigt, Großhirn an Ohr, das Ohr sagt, wir fallen, Großhirn an alle, Panik, wir fallen. Und dann kommt wieder das Auge, Auge an Großhirn, nee, wir fallen doch nicht und dann tut sich das Ganze wieder beruhigen. Wenn man Schwindelpatienten trifft, dann erzählen einem alle Schwindelpatienten genau diesen Vorgang und unter genau diesen Symptomen wird Ihnen dann eine Agoraphobie, eine Angst vor großen Plätzen als Ursache des Schwindels unterstellt. Das ist falsch. Der Grund ist die gestörte Fixationssuppression. Also müssen Sie Ihr Gleichgewichtsorgan trainieren, ohne die Augen oder die Halswirbelsäule dazu zu benutzen. Das geht ganz einfach. Sie setzen sich auf einen Drehstuhl, wichtig, mit Rückenlehne, machen die Augen zu und drehen sich im Kreis um die eigene Achse. Das machen Sie in beide Richtungen und das wäre auch die erste Übung. Sie müssen nicht lange üben. Erfolg haben Sie, wenn Sie oft üben. Zehnmal, zwanzigmal, dreißigmal am Tag, zehn Sekunden. Das könnte so aussehen. Einmal so rum, einmal so rum, vielleicht mit dem Kopf schräg. Wichtig ist dabei immer, die Augen geschlossen zu lassen. Nie so lange, bis es Ihnen schwindelig wird oder übel. Und Sie werden die ersten drei Wochen vielleicht merken, dass der Schwindel etwas stärker wird und im Laufe der Zeit werden Sie merken, dass es dann sehr schnell sehr viel besser wird. Weil Ihr Körper lernt, sich wieder auf das Gleichgewichtsorgan zu verlassen, errichtet es quasi neu aus. Machen Sie diese Übungen oft. Nicht alle drei Tage, drei Stunden, sondern lieber zehnmal am Tag, zehn Sekunden. Dann werden Sie damit Erfolg haben. Wir wünschen Ihnen gute Besserung.